Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3. Ich bin Ram und ja, in dem heutigen Game spiele ich Human of Echo Islands. Jetzt habe ich mich gerade verguckt, war mein Gegner Stufe 46? Das kann ja wohl nicht sein, weil 46 würde garantiert unter den, keine Ahnung, Top 20 in der derzeitigen Ladder sein. Und darauf hätte ich jetzt natürlich nicht so wirklich Lust, weil da würde ich den Arsch voll meines Lebens kriegen. Aber schauen wir mal, das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. Bereit zur Arbeit. Ich gehe dann mal. Mehr Arbeit. Ja, meine Leute. Haben wir sehen, auch gegen die ganz Großen muss man ja spielen, ne? So, ich baue den Archmage. Bereit zur Arbeit. Arbeit ist vollbracht. Es ist mehr Gold erforderlich. Arbeit ist vollbracht. Bereit zur Arbeit. Ja, mein Lord. Einsatz bereit. Okay, das ist auch ein Human. Mehr Arbeit. Einsatz bereit. Na gut. Sag das Zauberer. Auf die Blut ist es auch. Du machst schon. Arbeit ist vollbracht. Was ist es diesmal? Ihr braucht meine Hilfe? Er ist nicht mehr gar nicht erforderlich. Ihr macht schon. Ihr braucht meine Hilfe? So, Handschuhe der Haust nehmen wir mit. Ich bin sorry, aus Hadesc. Ihr braucht meine Hilfe? Ihr macht schon. So, da kommt der gegnerische Arm. Ihr braucht meine Hilfe? Was ist es nicht mehr? Was ist es diesmal? Was ist es diesmal? Ein nach zwei. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wenn ihr wollt. Ja, mein Lenzer. Ja, mein Lord. Was ist? Was? So, schicken wir mal ein bisschen zurück. So, und ich baue meine Base hier zu. Ach, da kommt er ja schon wieder. Was auch immer. Ah. Was ist es diesmal? Errichtet mehr Höfe. Nun macht schon. Und? Was ist es diesmal? So, der nervt ganz schön. So, bauen wir noch Monitors. Und jetzt versuche ich ihn mal so ein bisschen zu ärgern. Ja, mein Lenzer. Was ist es diesmal? Perfekt. Was auch immer. Fahne. Perfekt. Aber natürlich sehr, sehr schnell gesehen jetzt. Ihr braucht meine Hilfe? Fahne. Jetzt gehen wir noch mal gucken, ob der seine Echse baut. Ausbau war geschlossen. Ich kann hier nicht mehr Hilfe. Was braucht ihr? Ja, mein Lord. Nun macht schon. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist es diesmal? Für den Raum. Was ist es diesmal? Was ist es diesmal? Errichtet mehr Höfe. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Errichtet mehr Höfe. Errichtet mehr Höfe. Und? Was ist es diesmal? Ja, mein Lenzer. Nun macht schon. Arbeit ist voll klar. So, ziehen wir uns mal wieder zurück. So. Dadurch habe ich jetzt natürlich einiges verloren. Und? Und? Perfekt. Bereit zur Arbeit. Ja, auch meine... Sag das Zauberwort. Bereit zur Arbeit. Ja, mein Lenzer. Und? Nein. Oh, ich darf keine Foodman verlieren hier. Geht mir was zu tun. So, in meinen Stufe 3. Okay. Ja, mein Lenzer. Ja, mein Lenzer. Na gut. Na gut. Was ist? Bereit zur Arbeit. Ja, mein Lenzer. Was braucht ihr? Einsatzbereit. Jawohl, mein Lenzer. Und? Hm? Geht mir was zu tun. Das Gemüse im Ganzen kann beginnen. Errichtet mehr Höfe. Sag das Zauberwort. Boah. Was ist das? Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Wie macht schon. Und ein Ring der Regeneration. Ziehen wir uns nochmal ein bisschen zurück hier. Und er hat sich rausgeportet. Das ist nice. Ja, das Item hier sehr wichtig natürlich. Ja, mein Lenzer. Was ist? Ihr braucht meine Hilfe? Boah. Shop hat er auch schon gemacht. Jetzt muss ich gucken, ob er da seine Mine macht. Was ist das diesmal? Nein, er hat keine Echse geholt. Ihr braucht meine Hilfe? Er richtet mehr Höfe. Damit. Was ist es diesmal? Was ist es diesmal? Ihr macht schon. Ja, mein Lord. Unser Streitkräfter werden angegriffen. Richtig. Ja, mein Lord. Was ist es diesmal? Ja, mein Lord. Unser Streitkräfter werden angegriffen. Richtig. Ja, mein Lord. Er richtet mehr Höfe. Arbeit ist voll. Arbeit ist voll. Ich gehe dann mal. Puhm. Was? Ja, mein Lord. Ihr braucht meine Hilfe? Wartet bis ihr mich im Einsatz seht. Es ist mehr Gold erforderlich. Arbeit ist voll. Ihr braucht meine Hilfe? Für den Ruhm. Hm. Er richtet mehr Höfe. Was ist es diesmal? Unsere Stadt wird belagert. Er richtet mehr Höfe. Mehr Arbeit. Und? Perfekt. Hm. Er richtet mehr Höfe. Macht schon. In Floris, Vostaris Sedar. Wartet bis ihr mich im Einsatz seht. Bewegung. Ihr braucht meine Hilfe. Ich schüttel. Er richtet mehr Höfe. Und? Geht mir was zu tun. Er richtet mehr Höfe. Wartet bis ihr mich im Einsatz seht. Ich dürfte nach Warten. Ihr braucht meine Hilfe. Perfekt. Hm. Hm. Sieht nicht gut aus. Ah. Mein Mountain King vergessen. Wartet bis ihr mich im Einsatz seht. Er richtet mehr Höfe. Unser Held ist gefallen. Hm. Hm. Jetzt hab ich Probleme. Und? Du machst schon. Ich kann's kaum erwarten. Mehr Arbeit. Was ist? Na gut. Was ist das diesmal? In den Kampf. Er richtet mehr. Ja. Bist du das. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ein bisschen. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Was ist das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ja mein Gott. Und nochmal ein bisschen zurückziehen. So, Mountain King auch wieder da. So, Mountain King auch wieder da. Okay. Krasse Scheiße, aber gegen so einen zu gewinnen, dafür bin ich leider noch nicht gut genug in Form. Ich hoffe, der nächste Gegner wird nicht ganz so high elo. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game. Euer Ram.